ja leute ich habe dieses spotify und ich weiß jetzt warum ich speipfei dazu sage das ist echt zum speiben so sagt man in österreich zum kotzen ich habe das hier ich habe einen premium account ja wie ihr seht ich habe das hier auf alles das höchste und so weitergestellt nur das ganze vielleicht bei BUM 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 Musik was diese ganzen Jugendlinge hören ja mag es vielleicht gut sein nur in dem Moment wo du in den Bereich von Jazz oder Klassik und so weiter hineingehst vergiss es klanklich da sind sogar CDs besser als dieses speipfei